Wir sind wieder hier, ähm, frisch und in neuer Frische, ja, frisch und in neuer Frische, natürlich, Erik, werden sie uns einfach hier in den Schatten holen, in den Öffnen, in den Öffnen, und dann laufe ich noch einwandes Futter an. Verbot. Ähm, jo. Was haben wir denn noch so? Dann würde ich sagen, erweitern wir in dieser Folge einfach mal unser schönes kleines Strandhaut. Schlecht es, klein ob klein. So. Und jetzt mal hier hinten. So, 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 so. Und dann hab ich eigentlich vor, dass wir uns hier hinten sowas wie einen kleinen Privatstrand anlegen. So, das hab ich grad weggemacht als Idiot. Ja, nennt mich ein Trottel. Das geht dann hier so weiter nach unten. So, das werden wir so ein kleiner Rekon eigentlich melden. Wo man dann hier so rausschauen kann, auf das Meer. Und machen wir das hier alles weg, bis ins Wasser kommt. So. So. Und dann das machen wir zu. Halt doch nie auf. Die verröcke, elendige Wasser. Und Dunkel wird es auch. So. Die eine Seite hinten wir. Und wir wollen so. ich bin zu blöd ja toll die schaufel ist aber auch schon okay machen wir morgen weiter hoffen wir nur dass nichts spawnt gut ich schicke mir so ein letztes blaues gefühl im magen wenn nacht ist und vielleicht eventuell irgendwelche bösen kreaturen die mir nichts gutes wollen und auf dem Bett zu bohren und nacht ist halt wieder wie die Schaufel zu machen das bereitet mir immer sorgend wir haben einen Keller wie ich sehe ich wäre auch erst grad aufgefallen ähm eine Schaufel wollte ich machen nicht vom Thema ablenken so eine Kohle dazu bekommen und dann den Kohle verloren oder? haben wir noch eine Trohe? wenn wir noch eine Trohe haben ja die Trohen nach unten verlegt nein wir müssen eine Trohe, das wäre jetzt natürlich nicht so gut wir müssen halt mit den 64 Flocken die wir noch haben auskommen erstmal ich habe keinen bau noch mehr nicht gefühl dazu gehen vorher ist die mir nicht so ein schreckendes Erlebnis letztes mal ich will euch verrecken so, 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 so und so sehr schön so, dann sieht das ganze auch gleich besser aus Das wird dann so eine Art Balkon. Das machen wir am besten. Haben wir Sandstein? Nein, Sandstein. Das wird vermutlich der Höhlenzahn in unserem Kellergewehr. Wir werden uns nicht weiter stören. Gucken wir mal, ob wir Sandstein finden. Na also. Pass auf, es kommt Trick, 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 Trick 18, Trick 17. Und, hoffentlich geht es noch. Okay, geht. Zock, zock, zock und weg ist wir sonst. Sandstein kommt da einfach schöner lang. Das betont mehr, äh, die Sache. Nö. Das hätte ich auch. Hä? Warum fällt das denn nicht runter? Bitte. Unsere Sandsteinmine. Unsere Bücherkläder Sandsteinmine. Altyd. Zock Nein. Acht. Das nerft einfach. Dichtiger Germ. Ch吟. Pfeffer. C despot. Acht. Das nervt einfach. So, jetzt mach ich die Arme. Wow, wir haben es mal geschafft. Das hier noch. Warum machen wir Sport jetzt, wenn wir tatsächlich runterlegen? Ähm, ja, weiter geht's? Dabei wollte ich doch nur den Sonnstein holen. Die Kühle hier am Rande machen und gar nichts anstechen. So, und hier auch noch. So, so, jetzt hab ich vergessen, die Uhr zu starten mal wieder, Erik. Wie lange filmen wir denn schon? Wir filmen schon 7 Minuten, das heißt wir haben noch 2 Minuten. Und müssen uns mal mit allen mit dem Zaun hier. Vielleicht machen wir dann vier, die vier, Mitte, 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 Mitte... So, ähm, nein, nein, doch, nein, doch. Nein. Wie macht man noch mal Zäune? Ja, das sollte man nicht wissen. Ah, gefunden. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ja, direkt sind schon ein bisschen wenig. Ich trottel. So, 10 Zäune. Ja, 10 Zäune. Das müsste doch lang werden. 1, 2, 3, 4. So, das ist dann perfekt. Jetzt haben wir eine ganz geile Luxusvilla mit Durchgang. Hier kommt auch kein Zombie rein. Nachts können wir den Aufgang berundern. So vielleicht. Vielleicht machen wir... Wie machen wir das und das? Ähm, machen wir einfach Tür. Ich glaube, das ist wohl doch gescheiter. So. Noch eine Tür. Zack und zack. Und schon haben wir den wunderschönen Balkon. Und die Aufnahme ist mit 4 Sekunden beendet. Dann abschneide ich mich schon mal. Ade. Aufnahmex space! Die